Liebe Gemeinde, es ist wieder soweit. Das Weihnachts-Winter-Schnee-Turnier 2023-2024 steht wieder an. Und die Anmeldungen sind schon seit einem Waldchen eröffnet. Dieses Jahr wird das Turnier von dreien von uns geleitet, von meiner Wenigkeit, von The Phoenix wie letztes Jahr. Und hinzu gekommen ist Robbie the Fox. Wir werden aus dem Unterstützt von Total War Angel und Novator, welche ein paar schöne Karten für unser Turnier zusammengestellt haben. Der Turnierzeitrahmen. Das Turnier beginnt am 8.12.2023 und es endet spätestens voraussichtlich am 3.3.2024. In dieser Zeit müssen all die Spiele ausgetragen werden. Die Anmeldefrist ist allerdings erstmal schon am 3.12.2023 angelegt und die Anmeldung erfolgt über ein hübsches Fernse-Google-Formular, welches hier sowohl in der Videobeschreibung als auch im angepinnten Kommentar unten in den Kommentaren verlinkt ist. Ich kann jetzt nicht über das ganze Regelwerk gehen, weil es den Rahmen ein bisschen sprengen würde, aber ich kann ein paar Kleinigkeiten schon mal im Voraus erwähnen. Zuerst einmal das Wichtigste, was ihr wissen solltet, um am Turnier teilnehmen zu können, ist es zwingend erforderlich, dass ihr auf dem Event-Discord-Server, der auch hier doppelt verlinkt sein wird, drauf seid. Das ist dafür da, damit ihr aktuelle Informationen bekommen könnt, damit wir euch kontaktieren können, falls irgendwas los ist und damit man generell alles ein bisschen besser koordinieren kann. Das ist tatsächlich eine zwingende Anforderung, weil wir letztes Jahr ein paar Umstände hatten mit Leuten, die nicht auf dem Server waren und dadurch nur mäßig Kontaktaufnahme möglich war, wenn es um Dinge geht. Des Weiteren, ja, gibt es nicht zu viel, was zu bedenken ist. Wir haben dieses Jahr drei Karten, das kann ich schon mal ein bisschen voraus ankündigen, zu denen, mal schauen, ob dazu spezifische Videos kommen, zu einem der Spielmodi kommt auf jeden Fall was. Die drei Karten bestehen aus einer Karte, geschaffen von Robbie the Fox, nennt sich Gezeiten, ist relatives Standard-Pvp, hat allerdings auch ein paar kleine Twists im Sinne von, es ist eine ANG-Karte, das bedeutet, ein paar der Geländeeigenschaften werden von Match zu Match unterschiedlich sein und, als besonderen Zusatztwist, sinkt das Wasser auf der Karte mit der Zeit ab. Deswegen der Name, Gezeiten. Von Novator wurde uns die Karte Belagerung von Ivernest gegeben, was eine, nach mehreren Jahren zurückgekehrte, Defeat the Waves Spielmodi-Karte ist. Das bedeutet, ihr seid mit eurem Teampartner und eurem Gegnerteam auf einer Karte, ihr seid getrennt vom Wasser und das Team, das am längsten gegen immer stärker werdende KI-Wellen überlebt, gewinnt. Ihr werdet sterben, verlangt ihr einfach nur, wie schnell ihr sterbt. Das ist gewissermaßen die grobe Zusammenfassung der Karte. Wozu ich auf jeden Fall Videos machen werde und muss, ist der neue Spielmodus von Total War Angel. Total War Angel hat den Strongmodus-Spielmodus, den ihr vielleicht aus der Siedler-Team-Karte von damals kennt, erweitert, umgearbeitet und expandiert in einen Multiplayer-tauglichen Spielmodus. Zudem ist inzwischen auch schon ein paar Singleplayer-Karten gibt, die wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage als Let's Player rausbringen werden. Das sind erstmal die relevanten Sachen, was das angeht. So, eine weitere Sache, die bedacht werden sollte, wenn ihr euch das Anmeldeformular gleich gebt. Ihr werdet dann gebeten, euch einzutragen mit eurem Namen oder Anzeigenamen und eurem Discord-Handle, Tag, was auch immer, um euch eindeutig identifizieren zu können. Des Weiteren könnt ihr euren Teampartner eintragen, falls ihr einen habt. Falls nicht, tragt euch Solo ein und wir schauen, ob wir einen Teampartner für euch finden. Ihr könnt dann euren Teamnamen eingeben, falls ihr einen habt. Seid einfach vernünftig bei der Namenswahl. Ansonsten müssen wir da ein paar Änderungen vornehmen, falls irgendwas passiert. Aber wenn ein Problem mit dem Namen existiert, kommen wir dann auf euch zu und geben euch Bescheid, dass da lieber was geändert werden sollte. Das ist dann nur so als Information dafür. Seid einfach vernünftig. Das regelt das dann. Ihr könnt eure eingeschätzte Spielerstärke angeben. Seid dabei mit eurer Einschätzung so absolut ehrlich wie möglich. Das ist besonders für Neueinsteiger oder für Leute, die noch nicht an Turnieren teilgenommen haben, recht wichtig. Wenn ihr noch nicht an Turnieren teilgenommen habt und noch nicht im Multiplayer unterwegs wart, in irgendeiner wirklichen Hinsicht, dann werdet ihr wahrscheinlich unter den Anfängern. Aber generell ist es halt wichtig, dass die Einschätzung möglichst ehrlich stattfinden. Damit wir ein möglichst gutes Spielerlebnis für alle Teams darlegen können, wie wir es letztes Jahr auch gewissermaßen in der Gruppenphase gehabt haben. Das war mit dem Sandkasten ein voller Erfolg. Das heißt, wenn ihr schon immer mal in den Multiplayer einsteigen wolltet, jetzt ist die perfekte Gelegenheit. Falls ihr nicht wisst, wie man in den Multiplayer einsteigt, kein so großes Problem. Ich habe auch als dritten Link unten eingetragen, den Link zu dem Tutorial, das ich dafür zusammengesetzt habe, wie man den S5-Updater installiert und wie man den Multiplayer einrichtet. S5-Updater ist ganz besonders wichtig, denn darüber werden auch die Turnierkarten dieses Jahr installiert. Die inzwischen auch alle draußen sind. Das heißt, ihr könnt euch die Karten bereits ansehen, ihr könnt euch Teampartner suchen und euch fürs Turnier eintragen. Ich würde mich darauf freuen, euch zu sehen und mich vielleicht mit euch zu schlagen. Alkrib und ich werden natürlich wieder gemeinsam innerhalb dieses Turniers auftreten und uns auch durch die ganzen Gruppen durchschlagen lassen. Das sind erstmal die groben Sachen. Genauere Themen zu den Regeln, die findet man dann auf dem Siedler, das ist ja bei der Könige Events Discord, der wie gesagt verlinkt ist, unter der Kategorie Winterturnier 2023-2024 gibt es da die Ankündigung mit den genauen Regeln und einen Überblick über die Karten bei ihren Ankündigungen. Man sieht eine Eintragung über die ganzen Teams, die existieren. Man sieht einen Channel, wo die Spieler Teamsuchend sind und es gibt einen Channel, wo man Feedback zu den Maps geben kann. Falls man zum Beispiel irgendwelche Fehler in den Karten findet, sollte man die auf jeden Fall melden, damit die vor dem Turnier korrigiert werden können. Das ist sehr wichtig. Fehler für sich zu behalten, ist ausgesprochen unsportlich und das macht man nicht. Das mögen wir nicht. Also bedenkt einfach das. Ansonsten, naja, ich freue mich schon euch eventuell im Verlauf des Turniers zu sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns entweder in den Spielen oder in den Aufnahmen oder in den Live-Aufnahmen von den Streams, weil wir die Matches natürlich wieder, so gut es geht, vollständig streamen werden. Und die aufgenommenen Matches aus den Streams kommen dann nachträglich auf YouTube hochgeladen. Werden dann nachträglich auf YouTube hochgeladen. Gut, bevor meine Elequenz mich endgültig verlässt, wir sehen uns. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Cheerio!